Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Georg Stromski. Ich bin als Referent schon seit vielen Jahren für die WRF tätig. In unseren Betriebsratseminaren, Basisseminare sowie auch Spezialseminare geht es nicht nur um Wissensvermittlung für die tägliche Betriebsratsarbeit, sondern Sie sollen auch Spaß am Lernen haben. Begleiten Sie mich doch kurz auf eine Reise durch ein Seminar und verschaffen Sie sich den entsprechenden Überblick. Viel Spaß dabei. Und zwar nehmen wir Sie heute mit nach Nürnberg zum Seminar für Betriebsratsvorsitzende und Stellvertreter. Denn wir wissen, was genau Sie brauchen. Ich bin zwar schon länger im Betriebsrat, aber so richtig, was halt der Stellvertreter macht oder was er bewirken kann, war mir nicht so ganz klar, aber die Fragen habe ich alle geklärt bekommen. Ich habe im Januar schon ein Seminar bei der WRF gemacht zum Wahlvorstand und ich war so begeistert vom Ablauf, von der Strukturierung und deswegen habe ich dann hier nochmal ein Seminar gebucht. Ich glaube schon, dass das Seminar schwer von Nöten ist, um seine Aufgaben vernünftig wahrzunehmen. Bei uns lernen Sie alles zur Arbeitsorganisation, Ihren Befugnissen, den Umgang mit Beschwerden und vieles mehr. Immer mit Herz und Humor. Ich finde den Referenten sehr gut, vor allem, weil er nicht so ein Paragrafenreiter ist. Er sagt uns Paragrafen, wo uns dann helfen können, aber er macht das mit Witz. Fachlich gibt es wahrscheinlich keinen besseren, was ich bisher an den Seminaren gemacht habe. Und persönlich, er ist top. Er lockert das Ganze auch auf, ist nicht stupide. Es ist kein gleichbleibender Ton, sondern es ist, wie gesagt, aufgelockert, aber informativ. Aber wir können noch mehr, denn wir bringen zusammen, was zusammen gehört. Das Tolle an Seminaren ist immer ein zusammengewürfelter Haufen aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen. Und es ist immer interessant zu sehen, wie es in anderen Unternehmen läuft. Also die Truppe ist super. Ich kenne es bisher nur so, dass ich immer mit einer super Truppe bin. Also bei der WAF gibt es für mich noch gute Leute. Ja, wir tauschen uns aus. Die Gruppe lebt miteinander und wir werden ja auch zusammengeführt, einfach durch die Seminarleitung. Also man wird auch dahin geleitet, dass man miteinander in Kontakt tritt. Selbst wenn sich einer jetzt nicht trauen würde, hat man die Möglichkeit, wenn man sich jetzt nicht gänzlich selbst dagegen verwehrt. Wir verraten Ihnen unsere Geheimzutat. Es ist die Liebe zu dem, was wir tun. Und das spüren auch unsere Teilnehmer. Oder? Absolut. Es war ganz unkompliziert und mit der WAF ist einfach alles einfach. Ganz einfach, falls es perfekt ist. Absolut informativ. Es ist super durchgeplant. Und ich würde jederzeit jedem empfehlen, ein Seminar bei der WAF zu buchen. Und mein nächstes ist auch schon geplant. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie glücklich und zufrieden sind, dann sind wir das bei der WAF auch. Wir wissen, wir haben alles richtig gemacht. Wenn Sie als Betriebsratsvorsitzender oder Stellvertreter oder auch andere Betriebsratsmitglieder weitere Seminare besuchen wollen, dann gucken Sie doch mal unter www.waf-seminar.de unser reichhaltiges Seminarangebot für alle Betriebsräte an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dankeschön. Bis bald.